Willkommen zurück zu Let's Play Anti-Chamber. Ich bin jetzt wieder hier bei der The Final Hurdle, wo ich das letzte Mal aufgehört hatte. Und ich werde jetzt die drei rausnehmen. Einen da rein machen, dann hab ich noch zwei. Ich kann so den dritten noch mitnehmen, indem ich das ja aufhalte. So. Ich kann auch die zwei aufhalten. Wieso ist die jetzt zu? Muss ich die zulassen? Ach so, ich muss den da drin lassen. Okay. Geh ich nochmal zu The Final Hurdle. Hier. Nehm die mit. Lass den da, meine Teilen drin. Die kann ich auflassen. Also ich mach's doch erstmal. Kann ich hier durch. Hier brauche ich jetzt vier. Ne, ich nehm hier mal mit. Ich muss ja eh nicht zurück. So. Habe ich zwei. Und. Ah, super. Das hab ich noch nicht gelesen. The consequences of one choice can cut us off from making others. Das wissen wir. Das kann ich jetzt mal mitnehmen. Und hier reinfügen. Kann den mitnehmen. Jetzt hab ich drei. Und weiter. Und weiter. Ich guck mal auf dem Map. Ja, es war ein Fehler, weil ich hab da immer noch keinen neuen Weg. Kann ich die mir ja mitnehmen. Genau das ist der Sinn. Dann kann ich hier zumachen. Dann kann ich das hier mir nicht zumachen. Also hat's überhaupt nichts gebracht. Ja, super. Außer, dass das noch nicht aktiviert ist. Die noch offen sind. Kann ja auch nicht so verkehrt sein, oder? Ähm. So. Jetzt brauch ich hier die zwei leider. Schwierig. Hier ist der Weg. Allerdings. Hm. Nimm die zwei nochmal mit. So. Dann nehm ich ihn hier. Ich hab wirklich. Kein blassen Schimmer, wie das schon wieder funktionieren soll. Mist, 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 Mist. Ich glaube nicht, dass man hier die rote Kanone verbraucht. Weil. Das kann man ganz leicht beweisen. Und zwar. Der hier hinter ist blau. Und das heißt, hier käme ich schon mit einer blauen Pistole hin. Wieso ist das ein Teufel? Sollte der den blauen machen, weil man hier eh erst hinkommt mit einer rote. Das gäbe überhaupt keinen Sinn. Hm. Kämen wir da vielleicht hoch, wenn wir uns drunter stupsen? Ich kann's ja mal probieren. Ja, mal probieren. So, den da hinsetzen. Und dann nach oben. Nein, kann man nicht. Mist. Hm. Was bringt einen dieses... Moment, ich kann mich hier sogar einsperren. Wenn ich hier wegnehme und den dann auch noch wegnehme, bin ich hier eingesperrt. Ist hier denn vielleicht was? Ich kann's ja mal ausprobieren. Was hab ich zu verlieren? Nichts hab ich zu verlieren. Und es hat wieder nicht funktioniert. Das ist natürlich super. Und schon wieder hab ich, glaub ich, sieben... Nee, fünf Minuten oder so verschwendet mit nichts und wieder nix. Yeah. Und damit nicht noch mehr Zeit verschwendet wird, guck ich jetzt nach, wie ich weiterkomme. Bis gleich. Ja. Und dann. Bis zum nächsten Mal.